Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3141. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin bereit, noch einmal viel Geld in die Firma zu investieren. Wenn ihr bereit seid, effektiver zu arbeiten. Ich bin bereit, noch einmal viel Geld in die Firma zu investieren, wenn ihr bereit seid, effektiver zu arbeiten. Morgen werde ich zum ersten Mal vor einer größeren Gruppe sprechen. Das macht mir etwas Angst. Morgen werde ich zum ersten Mal vor einer größeren Gruppe sprechen. Das macht mir etwas Angst. Morgen werde ich zum ersten Mal vor einer größeren Gruppe sprechen. Das macht mir etwas Angst. Die Auswahl an Äpfeln in diesem Supermarkt ist riesig. Ich weiß nicht, welche Sorte ich kaufen soll. Die Auswahl an Äpfeln in diesem Supermarkt ist riesig. Ich weiß nicht, welche Sorte ich kaufen soll. Die Auswahl an Äpfeln in diesem Supermarkt ist riesig. Ich weiß nicht, welche Sorte ich kaufen soll. Sie haben die beste Brillenmarke mit den besten Gläsern gewählt. Sie haben die beste Brillenmarke mit den besten Gläsern gewählt. Sie haben die beste Brillenmarke mit den besten Gläsern gewählt. Beim Spielen habe ich mich verletzt, aber das Pflaster macht alles wieder gut. Mein Vermieter hat die Heizung abgestellt, weil ich meine Stromrechnung nicht bezahlt habe. Mein Vermieter hat die Heizung abgestellt, weil ich meine Stromrechnung nicht bezahlt habe. Mein Vermieter hat die Heizung abgestellt, weil ich meine Stromrechnung nicht bezahlt habe. Ich überprüfe, ob das Produkt auch in anderen Größen erhältlich ist, da der Kunde einen großen Bedarf hat. Magst du Blaubeeren? Ich habe sie im Garten gepflückt. Magst du Blaubeeren? Ich habe sie im Garten gepflückt. Wie bezahlst du deine Einkäufe im Internet? Mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsmitteln? Wie bezahlst du deine Einkäufe im Internet? Mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsmitteln? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Zum Aufwärmen mache ich die Übungen, die mir meine Trainerin gezeigt hat. Zum Aufwärmen mache ich die Übungen, die mir meine Trainerin gezeigt hat. Zum Aufwärmen mache ich die Übungen, die mir meine Trainerin gezeigt hat. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen und bin dann wohl einfach eingeschlafen. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen und bin dann wohl einfach eingeschlafen. Ich habe Löwenzahn gepflückt. Ich habe Löwenzahn gepflückt. Es ist zehn vor acht. Die Kinder schlafen noch, weil Sonntag ist. Es ist zehn vor acht. Die Kinder schlafen noch, weil Sonntag ist. Ich möchte allen zeigen, dass ich heute Geburtstag habe und mache deshalb ein Selfie. Ich möchte allen zeigen, dass ich heute Geburtstag habe und mache deshalb ein Selfie. Heute ist goldene Hochzeit. Wir haben 50 Jahre unseres Lebens miteinander verbracht. Wir genießen das Leben nicht nur im Urlaub, sondern jeden Tag. Wir genießen das Leben nicht nur im Urlaub, sondern jeden Tag. Schau jetzt genau in die Kamera. Dann bekommen wir die Bilder, die wir brauchen. Schau jetzt genau in die Kamera. Dann bekommen wir die Bilder, die wir brauchen. Passen wir alle in das Auto? Ich glaube, es ist zu klein für fünf Personen. Passen wir alle in das Auto? Ich glaube, es ist zu klein für fünf Personen. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Betriebsbesichtigung. Es gibt viel Neues zu sehen. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Betriebsbesichtigung. Es gibt viel Neues zu sehen. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Betriebsbesichtigung. Es gibt viel Neues zu sehen. Zu dieser Liste habe ich noch eine Anmerkung. Ist hier nicht ein wichtiger Punkt vergessen worden? Zu dieser Liste habe ich noch eine Anmerkung. Ist hier nicht ein wichtiger Punkt vergessen worden? Ist hier nicht ein wichtiger Punkt vergessen worden? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. und gib uns bitte eine Anmerkung. Und gib uns bitte eine Anmerkung. Und gib uns bitte eine Anmerkung.